Es mag nicht erstaunen, aber die Deutsche Rentenversicherung hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Erwerbsminderungsrenten für Post-Covid-Patienten genehmigt als zuvor. Und Gesundheitsminister Lauterbach plant nun neue Unterstützungen für Betroffene. Was das konkret für Dich bedeutet und um welche Unterstützung es sich handelt, erfährst Du nach einem wirklich ganz kurzen Intro. Wie schon gesagt, die Zahl der Erwerbsminderungsrenten für Betroffene von Post-Covid ist im Jahr 2022 stark angestiegen. Doch was bedeutet das genau? Nun, einem Medienbericht zufolge hat die Deutsche Rentenversicherung im letzten Jahr exakt 1000 Bewilligungen erteilt. Ob das nun wirklich viel ist, sei mal dahingestellt. Die Zeitung Rheinische Post meldete jedenfalls, dass es 1088 neue Erwerbsminderungen im Zusammenhang mit Covid-19 gegeben hätte. Davon seien eben diese 1000 aufgrund von Post-Covid bewilligt worden. Und es stimmt tatsächlich, ein Jahr zuvor, also in 2021, waren es lediglich 89 Erwerbsminderungsrenten im Zusammenhang mit Corona-Infektionen. Davon 13 aufgrund von Post-Corona-Leiden. Aber was versteht man genau darunter? Nun, hier gibt es zwei gängige Begriffe. Zuerst einmal Long-Covid. Hier sind halt schwere Beschwerden gemeint, die nach einer akuten Krankheitsphase von vier Wochen fortbestehen oder dann neu auftreten. Post-Covid hingegen beschreibt das Krankheitsbild mehr als zwölf Wochen nach einer Corona-Infektion. Und dieses Phänomen betraf in 2022 immerhin knapp 335.000 Menschen, die in Arztpraxen in Behandlung waren. Das teilt das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung mit. Hier sind dann die genannten 1.000 Erwerbsminderungsrenten doch ein geringer Wert. Oder was meinst du? Schreib mir doch einfach deine Meinung unten in die Kommentare. Trotzdem hat der Bundesgesundheitsminister mehr Unterstützung für Menschen mit langwierigen Corona-Folgen angekündigt. Er legte dazu ein Long-Covid-Programm vor, das unter anderem ein Informationsportal vorsieht. Hier sollen dann Empfehlungen zur Behandlung, Hinweise auf spezialisierte Ärzte und Ärztinnen, sowie aktuelle Informationen zum Stand der Wissenschaft abrufbar sein. Außerdem sollen ab dem nächsten Jahr 21 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Zum einen für die Forschung, zum anderen aber auch für die Versorgung und Behandlung von Betroffenen. Zitat Lauterbach, die Long-Covid-Kranken erwarten zu Recht, dass wir uns um sie kümmern. Wie dieses Kümmern dann konkret aussehen wird, werden wir aber wohl nicht von dem Herbst erfahren. Ich halte euch jedenfalls auf dem Laufenden. Bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund. Euer Thomas Schneider